so hallo und willkommen zur mittlerweile fünften folge von let's play gunpoint ja die letzte folge war ja zum glück doch lang genug geworden ich habe mir schon sorgen gemacht dass es nicht mehr lang genug wird aber es hat ja alles gut super hingehauen diesmal habe ich auch daran gedacht den timer zu stellen und würde ich sagen können wir uns als nächstes mal wie in der letzten folge schon angekündigt um rückte true ist so und ich sollte das mal wieder ins bild klicken so rückte kreis irgendwie fängt jede folge damit ein dass ich erst mal wieder ins ach egal we've got a trace let's see where it take us so gott wie ging die stimme noch mal ich glaube das war so eine creepy stimme tut mir leid für sonstige jährliche hörschäden jetzt the trace oh gott nee nein the tray the trace operational it's a building we didn't know belongs to intax so if it's real we could be big oh big yeah um es lang jetzt nur egal what i am doing there get the prototype back so they don't have time to realize it's fake and take anything else in the room that looks interesting it's likely to be with their most sensitive stuff ich muss mal ganz kurz gucken ob mein ich hoffe mal meine stimme wird mit aufgenommen was sieht gut aus okay ja jetzt habt ihr schön gerade camtasia gesehen aber ist egal so got it start mission so dann starten wir mal die mission und würde ich sagen starten wir mal die mission genau ähm ja verbinden wir mal das mal zuallererst mit dem teil hier ich hoffe mal das haut nein das wird knapp ne das hat mich hin okay dann machen wir es erstmal so verbinden das mit dieser tür so so und jetzt müssen wir das machen jetzt mal allerdings eine weile warten also kann ich jetzt halt mal nutzen um irgendwas zu erzählen ja was hat man dann so schön das ähm kennt ihr das wenn ihr irgendwie ja ich weiß kommt jetzt das spannendste thema der welt äh wenn ihr irgendwas süßes es oder so was weiß ich Toffee Feri jetzt mal um keine Werbung zu machen oder so ähm dass ihr danach total ja ich weiß nicht auf jeden fall nicht mehr richtig sprechen könnt so man kann natürlich schon nach sprechen aber es ist irgendwie ein bisschen komisch es fällt mir gerade nicht so auf ich habe vorhin welche gegessen und da war das jetzt ein bisschen ja ich weiß nicht konnte ich erstmal nicht wirklich sprechen so hätten wir es jetzt auch erledigt ich glaube dafür mache ich die Folge auch ein bisschen länger weil das war ja jetzt wirklich unnötige Wartezeit beziehungsweise es war Wartezeit die es sich nicht verhindern ließ das ist ein normaler okay den können wir auch mal so ausschalten gleich oh eine Doppel ein Doppelgebäude ähm ja genau was auch immer äh so jetzt so schnell und Kamehame ha so Hä wieso 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 ist der wieder aufgestanden denn ach man so jetzt aber das war jetzt echt gemein von dem der darf doch nicht einfach so wieder aufstehen so dann können wir jetzt auch mal hier die Tür aktivieren ich hoffe jetzt einfach mal dass der da von nicht ah okay das war das nicht geplant aber gut dass das funktioniert hat äh ich glaube die Tür kann man jetzt nicht so einfach öffnen weil ich hier nebenan einer ach da oben ist einer äh doch die Tür kann man glaube ich trotzdem einfach öffnen erstmal Dürfen wir eben jetzt erstmal nicht durch die Tür durchgehen weil sonst pow und so ne genau ähm die ist mit nichts verbunden wenn ich das richtig sehe ok dann können wir jetzt hier einfach hochklettern ähm ich sehe grad wir müssen sowieso nochmal dahin tut mir leid für die so wieder mal unnötigen ihr wisst schon äh hin und her gerinnen es ist echt nicht so gewollt auch wenn man das jetzt nicht glaubt ist eigentlich auch voll unrealistisch dass die einen überhaupt dass das die überhaupt nicht wundern dass plötzlich vor denen die Tür zu geht ne Tür geht zu egal ich guck jetzt einfach mal ein bisschen die Tür an oh ein Türschloss und oh ein und äh ich hör mal lieber auf zu reden das ändert hier grad ein bisschen naja ja und so ne so wie kann man jetzt hier am besten weiter nein ich muss nicht schon wieder darüber oder also nochmal runter ok jetzt gehen die ein bisschen ihre Runden laufen und alle freuen sich also zumindest ich freue mich weil jetzt den stört das gar nicht auch interessant gut aber den können wir jetzt ausschalten und wieder hoch ach ja wie ich dieses hin und her gerinnen liebe ähm nochmal aus so und jetzt damit verbinden jetzt muss ich nur auf den richtigen Augenblick warten um wieder runter zu springen natürlich ach jetzt läuft der andere auch auf einmal ok warten wir noch einmal kurz und dann machen wir einen schönen marius überwandsprung von dort nach dort ich weiß es ist der wunderschönste marius überwandsprung der den sieg ist dem sie gab und jetzt schnell dagegen springen und bams so genau jetzt haben wir war war was war das warum ging auf einmal die tür auf ne wirklich warum hat er auf einmal die tür auf gemacht warum es war echt gemein wir können da nicht irgendwo so die tür auf machen so dann mache ich es war auf jeden fall gerade so geplant ähm hier sieht er mich nicht oder gut jetzt nochmal bams ausschalten mitnehmen runter und ich wusste es ich wusste es so ähm dann jetzt wieder nach oben die tür ist jetzt offen ich hoffe der sieht mich auch nicht so wie der andere gut dann gehen wir jetzt einmal außen drum herum warten bis er sich wieder umdreht gehen hier lang und freuen uns dass wir drüber gekommen sind äh ja und was nützt uns das jetzt ne wirklich äh ähm ja gut ah wir können jetzt das hier nutzen um hier den fahrstuhl zu rufen toll einmal umsonst drum herum gerannt ja schaffen wir noch oder ja haben wir noch geschafft gut so und jetzt kamehameh jetzt dreht er sich um ja der hat sich umgedreht okay jetzt verbinden wir das mit dieser komischen tür hier spring spring einmal nach oben werden werden fast getroffen ähm so erledigen hier den komischen typen werden von der tür umgehauen äh erledigen jetzt den komischen typen so warum auch immer wir jetzt von der tür umgehauen wurden naja da wir eben auch nachher nochmal raus müssen aktivieren wir die tür hier nochmal so äh dann können wir jetzt auch hier das wieder wegnehmen gut äh wo müssen wir achso wir müssen tut mir leid tut mir leid ich mache es wirklich nicht absichtlich so gibt es da oben jetzt noch irgendwas interessantes nö äh dann können wir jetzt mit dem knopf mal die tür hier noch öffnen und jetzt mit einem super kamehameha sprung nach draußen springen warum auch immer ich den kamehameha sprung nenne so wir hätten jetzt noch fünf minuten ich werde mal noch eine mission mindestens machen weil das jetzt wirklich sehr ja ihr wisst schon what did you find oh gott meine stimme ey das klingt so grau grausam gott a fake prototype and something else where do you want it great work same deadrop as last time i will have a man there shortly ah ist jetzt ein kurzen man ok Gessler go fuck yourself ähm nein lieber nicht ähm wir haben jetzt hier noch ein upgrade point den stecken wir mal hier rein ich will mich nicht selber ficken das gefällt mir nicht aber wenn ich das richtig verstehe nee das kann nicht sein machen wir erstmal das hier mayfield the datasec recording i need you to break into the datasec facility to get some footage that might shed light on who killed selina de lego we caught a break we caught a break one of the datasec facility the murdered broke into the night and a security camera unfortunately i can get a rarant for the footage without letting my man now i have reopened the case so i need you to get it for me you think the guy who wiped the footage didn't wipe the footage of him wiping the footage um was ok he may be not be a clever man did any of the guards see him? know who could give a usable description guy in a coat was my favorite ja das ist super so if i get it this we will know who he is if he walk in front of the camera we will know what he looks like he may not be in our database so we still need to figure out how to find him alright how do i do it? just get to the terminal at their main servers on the ground floor the data will probably be encrypted again so just copy it and send it to me when you get it out got it so ok ok dann gehen wir mal hier ein bisschen näher ran schauen wir uns hier kurz um öffnen mal mit dem hier die Tür schnell werden wieder außer Gefecht gesetzt ich lerne es aber auch echt nicht so jetzt warten noch einmal kurz so dann hat man jetzt hier schon den grünen wirejack mit dem grünen wirejack könnten wir das könnte mit dem grünen wirejack machen irgendwie erschließt sich mir ja alles gerade nicht so wirklich wir müssen ja erstmal durch die Tür hier durchkommen oder sollen wir durch das Fenster da oben einbrechen könnten wir theoretisch auch vielleicht kann man nicht vorstellen ach so ja 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 die sounddetektor trigger wenn die hear a sound hear a sound so so laut dem ding welch sie Zeit um aber das ist mir egal der will pick up the elevator thing things on the same floor or loud sounds anywhere when they hear something they will activate what their linker to ok dann soll der hier mal das ding aktivieren und der hier soll den Fahrstuhl rufen so dann öffnet sich hier auch die Tür nehmen wir das hier mal wieder weg so ähm ich wollte eigentlich das hier nehmen so dann hätten wir jetzt auch den blauen mit dem blauen können wir äh können auf jeden Fall mal die Tür hier öffnen so ähm ja ah genau dann nehmen wir mal das ding hier verbinden das mit der Tür nehmen den machen wir es eben ganz umständlich machen wir erstmal hier hoch dann schicken wir den wieder hier runter das grüne verbinden wir mit der Tür und jetzt müsste es eigentlich alles funktionieren eigentlich ah wunderbar so genau dann können wir jetzt auch den wieder runter holen wie man den da rankommen sollen weiß ich allerdings auch nicht ja wahrscheinlich auch das ding den werde ich jetzt wahrscheinlich aber nicht holen alle bitte spiel verarsch mich doch nicht so ja ja es ist wunderschön wenn das spiel ein mehr trollt als man selber hinkriegt bla ach egal ähm ähm die wir freuen uns dass wir diesen hack geschafft haben und verspinnen indem wir kilometern weit über das ziel hinaus springen ja leider nur mit c aber ist egal any look look lucky look ähm ähm die dada alright you don't need to actually say it's the real data i trust you decraptead no luck the night of the break-in's here but the guy never set food on the lobby he is smarter than we talked Mayfield has disconnected. So, damit können wir uns jetzt hier auch schon das nächste kaufen. Das probieren wir aber in der nächsten Folge aus, würde ich sagen. Wieder vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Geduld an manchen Stellen, wo man es eigentlich nur an den Kopf schlagen kann. Und so. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, hoffe ich. Bis dann. Ciao. Ciao.